Mail Time und wieder eine schöne Frage per E-Mail bekommen und zwar geht die so Hallo Nils, wenn ich eine Action Cam am Motorrad oder am Roller habe und die Polizei hält mich an wegen dem Verdacht eines von mir begangenen Verkehrsvergehens dürfen die dann meine Action Cam beschlagnahmen und das Videomaterial auswerten, ja oder nein? Die Antwort ist, ja das dürfen die aber lustigerweise dürft ihr vorher an Ort und Stelle noch das Material teilweise selbst löschen um euch nicht selbst zu belasten das klingt merkwürdig, das ist aber so ihr dürft aber nur die Videoaufnahmen löschen, auf denen ihr selbst zu sehen seid wenn ihr Aufnahmen löscht, auf denen zum Beispiel eure Kumpels zu euch auch noch zu sehen sind die dürft ihr dann nicht löschen denn es könnte ja sein, dass der Kumpel oder die Kumpels auf dem Video gerade eine Straftat oder ein Verkehrsvergehen begehen und das würde euch dann eventuell als versuchte Strafvereitelung zur Last gelegt werden also nochmal, wenn ihr angehalten werdet und die Rennleitung eure Videoaufnahme schlagnahmen will dann müsst ihr die leider rausrücken dürft die aber vorher noch bearbeiten also die Videos, auf denen nur ihr drauf seid, die dürft ihr vorher löschen aber bringt das was? nein, im Regelfall bringt das überhaupt nichts denn so eine Kamera, also gerade die kleinen Action Cams die haben ja einen ganz normalen Datenträger also im Regelfall nur so eine Mini-SD-Karte und ein einfaches Löschen dieser Videos vor Ort reicht wahrscheinlich überhaupt nicht aus denn solange die Daten nicht überschrieben werden kann quasi jeder und zu jeder Zeit ganz easy diese gelöschten Filmdaten auch wieder herstellen das geht super schnell, super einfach und das macht man im Zweifelsfall mit einem Gratisprogramm aus dem Internet und das machen die natürlich dann auch also am besten überhaupt gar nicht erst irgendeinen Mist bauen und wenn Mist bauen, dann das Ganze nicht filmen und wenn ihr es filmt und werdet angehalten dann müsst ihr leider die Daten rausrücken so ist im Moment nun mal die Rechtslage bis zum nächsten Mal, tschüss und wenn euch das Video gefallen hat oder geholfen hat dann könnt ihr das ja mit einem Daumen nach oben und einem Abo liken so, bis zum nächsten Mal, tschüss